Auf meinen Befehl Und Jan Da ist er Das letzte große Rätsel um die Armbraut Lea Quest Der Pfand der Götter Ein Regen der links bringt Auf meinen Befehl Mir nach Das ist die große Aufmerksamkeit Und los Wer der Magier war Der Armbraut Lea getötet hat Wenn es nicht von vornherein klar gewesen wäre Auf meinen Befehl Schnell Habt ihr wirklich nur ein Zirkel Magier Mit so einer Macht So Äh Erst einmal Wieder speichern Und dann Eine schwarze Metallplatte verschießt das Tor Dreck Keifern wie Vertiefungen befinden sich darin Die Metallkeile einsetzen Bereit Halte durch Männer Wir werden angegriffen Feindliche Angriff Feindliche Angriff Für das Licht Das ist ein Hintergrund Sie sind überall Schließt die Reihen Schließt die Reihen Feindliche Angriff Schließt die Reihen Und ja jetzt Halte durch Männer Verstärkt die Deckung Also wir könnten theoretisch noch auf Stufe 30 hoch bleiben Auf mein Kommando Vorwärts Folgt mir Vorwärts Kämpft Männer Oh ein eiserner Prinzeps Stellt sie uns noch in den Weg Verstärkt die Deckung Schließt die Reihen Hier sofort Zum Angriff Auf mein Kommando Und los Zur Ehre Aoniers Ja Kämpft Männer Schlagt sie zurück Sie sind überall Schließt die Reihen Halte durch Männer Aber dessen kann ich mal die Nexus einschlagen Schließt die Reihen Zu euren Diensten Sie sind überall Halte durch Männer Nexus eins Ist tot Ja Was auf dem Weg Für die Rune Ja Zur Ehre Aoniers Auf mein Zeichen Hier Sofort Für den Orden Zweite Nexus ist tot Feindlicher Angriff Schließt die Reihen So das letzte was uns vom Sehenspiel trennt Feindlicher Angriff Verstärk die Deckung Feindlicher Angriff Was wünscht die Rune Verstärk die Deckung Sofort Schnell Mir nach Folgt mir Vorwärts So da geh ich alleine lang Sonst trickere ich vielleicht mit meinem Held ins Sehenschmied Was ich erstmal nicht möchte Was ich erstmal nicht möchte So hier steht ein zweites Monument was wir nachher nutzen Äh äh im Besitz nehmen und nutzen werden Imperiale Rüstung Leichte Kriegskunst Ist gar nicht mal so schlecht Marlins Jagdarmbrust Meister Coach Schwert Ja Was wir jetzt erstmal wirklich machen werden Jetzt zum Sehenspiel zurückgehen Und uns noch einmal nach Graufurt Porten Damit wir noch einmal verkaufen können Ja sehr Antiklimatisch So kurz vor dem Ende Noch bald zu verschwinden Aber hey Wir können es uns leisten Graufurt Haus des Orts Ja Quists haben wir alles abgeschlossen Ja Ja wenn man sich überlegt Hier hat unsere Reise angefangen Und wie weit sie gegangen ist Ah Mentalmagie So in meiner Kosten Und weißt du was Ganz ehrlich Kaufen wir an dich die Runen Und die Quest Items Und alles was wir so zaubern haben Die wir nicht brauchen Okay Ich pack ihm mal mein Zauberbuch rein Diesen Zauber So So Und bei dir verkaufen wir alles Was wir so an Wafften haben Bei dem Pfad der Götter Können wir nicht verkaufen Wir können ihn auch nicht Schanmouria geben Soweit ich weiß Fangen wir einfach vorne an Meisterschwerter können weg Der Blutdieb der bleibt mal Die magischen Kugeln können weg Der Stab kann weg Kriegsdäuche können weg Gehenmeisterschwerter können auch weg Einheben wir mal auf Für den Fall Dass wir die doch mit ins nächste Übernehmen Zwergische Mauerbrecher können alle weg Eine dunkle Sichel behalten wir Oh Windpfeil behalten wir auch mal Zwergenexte können weg Malma, Beißer und Gonsfeuerachst Und die beiden auch behalten Kleiner Streitzeckol Die Exekutors können weg Das kann alles weg Die Reisschwerter können weg Kampfkeule der Nordmänner Kausachs kann weg Butasammer bleibt Die Jagd am Bus bleibt Vor den Bögen halte ich mal auch einen zurück Geisterstörer, die behalten wir mal Feuerrote Turmschilde können alle weg Feuerbahnkampfschild Stachelschilde kann weg Stachelschilde kann weg Obst des Ordensritters Kann weg Die uneite Rüstung und die dunkle Brustplatte können weg Felsgrauer Panzer kann auch weg Sphärenrohbe behalten wir mal Schattenrohbe weg Ruhnpanzer kann weg Iridian kann weg Die können weg Stuhläufe Stuhläufer behalten wir mal Stuhläufer behalten wir mal Stuhläufer behalten wir mal So einen trägst du, glaube ich, schon, oder? Ja. Lederklappe des Glaubens kann weg. Rote Maske, die kann auch weg. Nimm der Elite, das Ding kann weg. Die Rabenkappe. Ne, die Bannmaske nicht. Jetzt gucken wir mal kurz. Na, vier Seiten haben wir noch. Unterwegs, Ring möchte ich eigentlich nicht unbedingt eintauschen gegen irgendwas anderes. Geschicklichkeit Charismar klingt zwar gut, aber nö. Und der Malachie eigentlich auch nicht. Feinstein. Schlachtenring, ja, gegen den Feinstein den Schlachtenring austauschen. Und der Glutband ist eigentlich ganz gut. Ja, eigentlich schon. Ja. Feinsteinring der Diebe, hast du schon einen und einen gefrorenen Zeitring? Linde vor dem Auge, könnten wir gegen den Feinstein austauschen. Ja. Ja, und da sogar noch einen alten initiierten Ring gibt. Und Nachtglanz. Wittersteller und hoher Glaubensring ist okay. Ring des Erzmagiers. Ja, ist auch okay. Gut. Dann verkaufen wir jetzt noch Ringe. Denn vom Auge kann weg. Initierten Ring. Der kann auch weg. Knochenring kann weg. Ring der Siebenbinde. Der kann auch weg. Na komm, Nachtglanz kann auch weg. Ich will nur das Siegel der Utrane behalten. Die ganzen Runglaubensringe können weg. Die ganzen Einsiedlerringe. Zauberring kann weg. Hexenmeisterring könnte auch weg. Ring der Fehlen halte ich mal ein. Und ja, das war's. Jetzt haben wir unser Inventar auf drei reduziert. Wenn wir das überhaupt alles behalten dürfen. Gut. Das heißt, wir könnten Shanmui noch einen besuchten schnellen abstatten. Liannon-Helden-Monument. Seid gegrüßt. Bitte erzählt. Okay, der kann mir nichts erzählen. Ah, ihr seid zurück.